Das muss jetzt leider wahrscheinlich nicht alle sehen können, ist hier projiziert nicht allzu groß. Das ist ungefähr sechs Jahre her, da sind die Klasse 10c, damals noch 15, an der Herderschule aufgetreten mit einem Lied. Das jetzt netterweise von den jetzigen Fünfern für euch gesungen wird, nicht nur für meine Klasse, sondern für alle. Das haben wir einstudiert im Musikunterricht. Wir freuen uns alle schon riesig, so schließt sich der Kreis. Ihr seht da, wie ihr damals wart, ihr seht hier, wie ihr vielleicht mal in sechs Jahren aussehen, mit Bikeline und Anzug. Wir lassen einfach die Musik für sich sprechen. Die Klasse 5f wird das für euch im Jahrgang 10 darbieten. Das Lied heißt Unfaithful, der Interpret, oder die Interpretin war Rihanna. Viel Spaß. Danke. 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 Ganz Laus. Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I can see him dying, I don't want to do this anymore, I don't want to be the white, every time I want to step the door, I can see him dying a little more inside. I don't want to do this anymore, I don't want to take away his lies, I don't want to be another guy. I don't want to do this anymore, I don't want to do this anymore, I don't want to do this anymore. I don't want to do this anymore, 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 I don't want to take away his lies, I don't want to be another guy. Musik Musik Musik